Pink, Mace, wie läuft's? Ja, ist soweit. Wie geht's dem Linus? Ja, wisst ihr, ich hab leider keine guten Nachrichten für euch. So? Dieser Facehanger im Linus Gesicht versucht ihm einen Alien in seinen Bauch zu pflanzen. Das klappt aber leider nicht. Zu einer Geröntgenaufnahme. Da ist scheinbar immer zu viel Bier, den Linus mal auf. Und der Träger zum Ende geht. Warum muss er seinen Kopf auch immer in Alien einstecken? Aber es gibt eine Möglichkeit, das zu verhindern. Der Facehanger in Linus werden ziemlich beste Freunde. ARD Text im Auftrag von Funk